Informationen sind alles. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir berichten heute aus Düsseldorf. Unsere Mitarbeiterin Manuela befindet sich dort inmitten einer Demo-Spaziergang. Wir werden uns mit ihr unterhalten. Seid gespannt. Düsseldorf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hier und jetzt, das ist eine angemeldete Demo und ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt gerne dazukommen, jederzeit. Schließt euch an und zeigt der Regierung die rote Karte. Zeigt der Regierung, dass ihr nicht einverstanden seid, dass sie uns immer mehr ausbeuten, dass wir immer härter arbeiten müssen und immer weniger in der Tasche haben. Zeit der Regierung, dass die rote Linie ist erreicht, dass dieser Wahnsinn weitergeht. Kommt und schließt euch an! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017